Das Hochwasser von 2005 in der Schweiz war eine Katastrophe, welche noch lange in Erinnerung bleiben wird. Nach starken Niederschlägen traten in der Schweiz zahlreiche Flüsse und Seen über die Ufer. In Bern setzte die Aare das Mattenquartier unter Wasser. Auslöser war eine sogenannte 5b-Wetterlage, welche viel feuchte Luft vom Mittelmeer in den Alpenraum transportierte und dort zu Überschwemmungen und großen Schäden führte. So unwahrscheinlich solche Ereignisse scheinen, im Laufe der Geschichte sind sie immer wieder aufgetreten. Diese historischen Hochwassermarken zeugen von solch tragischen Ereignissen und erinnern uns an die nicht immer offensichtliche Gefahr einer Überschwemmung. Ganz ähnlich wie 2005 verlief beispielsweise das Hochwasserereignis von 1910. Eine sehr ähnliche Wettersituation brachte der Schweiz heftige Niederschläge. Insbesondere in den nordöstlichen Gebieten kam es zu Überschwemmungen und großen Schäden. Auch damals wurde das Berner Mattenquartier von der Aare überflutet. Natürlich gibt es noch viele weitere Beispiele für extreme Hochwasser. Über einige ist bis heute fast nichts bekannt. Um extreme Wetterereignisse besser zu verstehen und abschätzen zu können, was in Zukunft zu erwarten ist, braucht es möglichst viele Daten von möglichst vielen Ereignissen. Für das Jahr 2005 können wir das Wetter, welches zum Hochwasserereignis geführt hat, mittels Stationsmessungen sowie Radar- und Satellitendaten genau analysieren. Weiter zurück in der Vergangenheit gibt es aber kaum Daten, da systematische Wetterbeobachtungssysteme noch nicht etabliert waren. Nur wenige Beobachtungen des Wetters sind überliefert. Diese wenigen Informationen sind aber heute sehr wertvoll, da wir mit Hilfe von Wettermodellen bereits aus wenigen Messungen das Wetter rekonstruieren können. Allerdings müssen wir diese Daten erst finden. Manchmal müssen wir dafür gar nicht weit gehen. Nur einige Meter vom überschwemmten Mattenquartier entfernt hat Daniel Gottlieb Benoit, ein Doktor an einer lokalen Klinik, mit akribischer Genauigkeit Wetterdaten aufgezeichnet. Über Jahre hinweg hat er Mitte des 19. Jahrhunderts in seinem Haus in der Altstadt von Bern jeden Morgen und Nachmittag Luftdruck, Temperatur und Wind notiert. Aber er war nicht der Einzige. Bereits seit der Zeit der Aufklärung wurden Wetterdaten gemessen. Die frühesten meteorologischen Aufzeichnungen in der Schweiz von Johann Jakob Scheuchzer in Zürich reichen bis ins Jahr 1708 zurück. Über die Jahre hinweg begannen mehr und mehr private Beobachter, aber auch naturforschende Gesellschaften damit, verschiedene meteorologische Größen zu messen. Einige Gesellschaften bauten sogar eigene Messnetze auf, so wie die ökonomische Gesellschaft Bern in den frühen 1760er Jahren. Die meisten dieser Netze bestanden allerdings nur über wenige Jahre. Erst durch Unterstützung von nationaler Ebene konnte das erste offizielle meteorologische Messnetz der Schweiz im Dezember 1863 seinen Betrieb aufnehmen. Die Entwicklung verlief überall in Europa und Nordamerika ähnlich. Wissenschaftler der Aufklärung, aber auch Ärzte und Pfarrer begannen im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert mit meteorologischen Messungen. Gemessen wurde auch auf Schiffen, auf Expeditionen und in den Kolonien. Mit dem Nationalstaat konnten im 19. Jahrhundert dann Netzwerke langfristig etabliert werden. Die hier gezeigte Zahl bereits digitalisierter Messreihen täuscht darüber hinweg, dass besonders aus der Zeit der frühen instrumentellen Messungen weit mehr Messreihen vorhanden wären. Diese liegen, sofern sie noch existieren, in Archiven auf der ganzen Welt verteilt und wurden bisher kaum untersucht. Das durch den Schweizerischen Nationalfonds geförderte Projekt CHIMES setzt sich zum Ziel, die historischen meteorologischen Messreihen aus der Schweiz aus den Archiven auszugraben und für die wissenschaftliche Arbeit nutzbar zu machen. Ist einmal eine solche Messreihe gefunden, werden die Manuskripte zusammengetragen und fotografiert und es wird nach nützlicher Zusatzinformation zu Station, Beobachter und Messgeräten gesucht. Dies verlangt die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Forschenden der Klimatologie mit Historikerinnen und Historikern und gibt Aufschluss darüber, wieso und vor allem wie früher gemessen wurde. Danach werden die fotografierten Messreihen digitalisiert und einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen. Erst dann können die Daten weiterverwendet werden. Das Resultat ist eine punktuelle Information über das vergangene Wetter auf lokaler Ebene. Lässt man viele global verteilte Messreihen in ein globales Wettervorhersagemodell einfließen, kann so das Wetter auf einer großräumigen Ebene sehr weit zurückrekonstruiert werden. Für das Jahr 1910 zeigt eine solche Rekonstruktion zum Beispiel die angesprochene 5b-Wetterlage. Mit regionalen Wettervorhersagemodellen erhalten wir eine bessere Auflösung und können so das Wetter noch detaillierter untersuchen. Wir sehen Staffeln feuchter Luft gegen die Alpen ziehen und sehen die Starkniederschlagsbänder. Mit dieser Information zum Wetter von 1910 können Hochwasser modelliert, Überschwemmungsflächen berechnet und die Wahrscheinlichkeit eines Erdrutsches bestimmt werden. Genau gleich werden andere Phänomene wie Stürme, Dürren oder Hitzewellen rekonstruiert. Mit solchen Rekonstruktionen lassen sich Extremereignisse genauer analysieren. So wie vergangene Gesellschaften Hochwassermarken benutzten, um vor Gefahren zu warnen, können wir heute das Risiko quantitativ einschätzen, detaillierte Gefahrenkarten erstellen und Maßnahmen beurteilen. Historische Wetterdaten spielen dabei eine wichtige Rolle.